Sehen Sie sich diesen Stein an. Können Sie sich vorstellen, wie lange er hier in diesem Becken gelegen hat. Aber das Wasser ist nicht in ihn eingedrungen. Da sehen Sie, der Stein ist vollkommen trocken. Dasselbe widerfährt den Menschen in Europa. Sie wachsen auf im christlichen Glauben, sie sind umgeben von ihm seit Jahrhunderten. Aber sie lassen Christus nicht in ihr Herz. Christus hat keine Chance, sie leben nicht mit ihm.